Ein gigantisches Klimainvestitionsprogramm soll die Schweiz von russischem Gas unabhängig machen und noch viel mehr. Die Klimafonds-Initiative will die Schweiz komplett weg von fossilen Brennstoffen bringen, sowohl Verkehr, Häuser als auch Wirtschaft. Sie will erneuerbare Energien massiv ausbauen, Umschulungen und Ausbildungen finanzieren, technische und natürliche CO2-Absenkungen fördern und auch die Biodiversität stärken. Kosten würde das riesige Klimainvestitionsprogramm bis zu 7 Milliarden Franken pro Jahr, bezahlt vom Staat mit neuen Schulden und mit Steuergeldern. Dieses Geld soll aus dem Bundeshaushalt kommen. Ich glaube, man darf sagen, der Erhalt unserer Natur und vor allem die Klimakrise zu stoppen, das ist mindestens so wichtig wie beispielsweise die Bildung oder die Gesundheitsversorgung. Und es ist richtig, dass die öffentliche Hand hier mehr Verantwortung übernimmt. Die Klimafonds-Initiative ist ein Gemeinschaftsprojekt zusammen mit der SP. Lanciert werden soll sie diesen Sommer. Das ist richtig, dass die Klimafonds-Initiative ist ein Gemeinschaftsprojekt und die Klimafonds-Initiative ist ein Gemeinschaftsprojekt und die Klimafonds-Initiative ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist richtig, dass die Klimafonds-Initiative ist ein Gemeinschaftsprojekt und die Klimafonds-Initiative ist ein Gemeinschaftsprojekt.